was kommt denn noch hier her unter tisch otto das ist es passt alles eine aller ist doch viel zu groß der ist doch viel zu groß hier passt überhaupt nichts rein sorry leute das tut mir leid was soll ich denn jetzt hinstellen vor die tür oder was ganz merkwürdig schau doch mal den tisch an der ist ja viel zu groß viel zu groß das kannst du vergessen kühlschrank ich glaube wir haben ja irgendwie irgendwas stimmt hier nicht wo soll ich denn den hinstellen ich bin jetzt hier ja da kannst du hier hinstellen dann kannst du hier hinstellen würde vielleicht gerade noch passen so was jetzt noch ein helikopterplatz oder was gasherd wollte anu haben muss man gucken wie ich denn hier herstellen auch der süß ist das haben wir noch die ist eigentlich wo aus die heftig ist die richtig rum ist die richtig rum oder ist die falsch rum ist richtig rum was haben wir denn noch schönes vier stücke oder was habe ich das richtig gesehen wo soll ich denn die ganzen leuten wir haben doch hier kann platz vier stühle wo sollen die denn hin die stühle ich verstehe es nicht also der tisch ist ja eine zumutung sorry leute was haben wir denn noch haben wir stellen mal die stühle hierher also das problem ist ja ich will ja diesen auftrag auch zu ende kriegen das ist natürlich hier natürlich im spiel natürlich ein bisschen schwierig weil 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 dieses hin und her platzieren natürlich sehr sehr viel zeit kostet und das ist jetzt nicht so einfach also keine ahnung wie die sich das ist alles viel zu groß für mich kann man das vielleicht dann hier so erstellen oder oder vielleicht so ein bisschen das kann man nicht herstellen so was war ich denn jetzt mit dem tisch der ist riesig der ist viel zu groß das ist man dann hier sozusagen die tisch das hier so rumstellen keine ahnung wie die sich das vorstellen also die wollen wirklich dass ich den tisch hier einstellen da müsste ich ja die tische hier weg die stühle hier weg stellen den tisch hier herstellen an die heizung okay nicht lange nicht lange überlegen kommst du nicht zur tür rein ja es tut mir leid ich komme den tisch nicht klar tut mir leid so einen mülleimer noch hier herstellen mülleimer wäre jetzt nicht das problem beziehungsweise alles ein problem mit einer mit der raum aufteilung also küche nicht gelungen mangelhaft jetzt haben wir ja noch einen gelben teppich das sind wir jetzt nicht ernst oder okay das geht wenigstens also wer da ideen hat ich bin da sehr dankbar ich komme damit nicht zurecht vor allem vier vier stühle sind viel zu viel aber ich will den auftrag hier beenden ja komm lass mal hier stehen ich weiß es nicht meine damen und herren das wäre es gefällt mir nicht aber die werden sich da schon was dabei gedacht haben vier stühle ist viel zu viel also die küche ist eindeutig hier das ist ganz klar vielleicht ist es ja auch so dass das tatsächlich hier so herkert am kamin und dass der tisch tatsächlich hierher soll aber der passt ja überhaupt nicht hierher ich kann den tisch hier nochmal verkaufen da müsste der eigentlich nochmal erscheinen da müsste man den halt in einer anderen farbe machen und dann sozusagen hier herstellen er ist viel zu groß kann nicht sein okay dann gibt es vielleicht noch die möglichkeit da herzustellen also ich blick da nicht durch ich blick da nicht durch ich blick da ehrlich nicht durch der tisch ist zu groß eindeutig der tisch ist zu groß das haben sie jetzt wieder schön gemacht dass man das so unten runterziehen kann so kommt es jetzt hier rein ja desto groß desto groß das hier passt das mit dem wohnzimmer okay gut meine damen und herren es ist mir nicht gelungen gefällt mir nicht wohnzimmer schwieriges wohnzimmer aber es ist okay ist das irgendwie zersplittert okay passt so meine damen und herren wir halten uns mehr im bad auf da ist schöner wir sehen uns dann im nächsten stream beziehungsweise hier im nächsten in der nächsten folge ja zur not also mir gefällt sie überhaupt nicht aber wir sind hier bei hausflimme doch im weiß machen haben klassisch im weiß dann bedanke ich mich recht herzlich für euer interesse streiche die farbe weiß ist der erste auftrag den ich nicht komplett fertig machen kann aber es ist mir auch egal weil ich nicht weiß wo ich streichen soll dann sehen wir uns in der nächsten folge von hausflimme euer nils tschau lasst ein like und ein abo da besucht mich auf twitch und auf youtube und besuch zu mein gaming partner und wir sehen uns im nächsten stream im nächsten game euer nils tschau wEO w w w w w w w w w